ich trete durch meine neue cd naja es sind recht viele drin aber aus dem pressweg jetzt pandemic play alongs das ist ich habe gedacht schon mal gesehen so was nennt man eine cd ja da kann man das kann man in so ein cd spiel reintun und auf play drücken und dann ist musik drauf die man anhören kann 24 tracks von eurem iso aus den workshops der letzten zwei jahre das beste vom besten das allerbeste ist es sind zwar play alongs aber ihr müsst gar nicht mitspielen ihr könnt sie einfach anhören könnt ihr ab dem 20 bei mir kaufen 20 märz 20 22 oder ihr das ist das allerbeste übrigens ihr könnt die kostenlos bei mir auf der website downloaden aber so ein cd das schon was geiles oder könnt natürlich auch mehrere davon kaufen und das so als fliesen im badezimmer verwenden ich meine wer braucht heute sagen ein cd hübsches trotzdem